Ich lerne Deutsch. Nummer 12366 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Pause am See habe ich mir nach dem langen Lauf verdient. Das Ergebnis der Therapie ist eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten. Warum steht das in hellroter Schrift auf dunkelrotem Grund? Warum steht das in hellroter Schrift auf dunkelrotem Grund? Warum steht das in hellroter Schrift auf dunkelrotem Grund? Das Gedicht berührt mein Herz mit seinen poetischen Zeilen. Das Gedicht berührt mein Herz mit seinen poetischen Zeilen. Das Gedicht berührt mein Herz mit seinen poetischen Zeilen. Wie stellst du sicher, dass du die Erwartungen deiner Kunden erfüllst? Ich habe beim Online-Poker gewonnen. Ich habe beim Online-Poker gewonnen. Willst du es auch mal versuchen? Wie komme ich zum Museum? Ich finde es nicht auf meinem Tablet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe beim Online-Poker gewonnen. Ich habe beim Online-Poker gewonnen. Ich habe beim Online-Poker gewonnen. Ich habe beim Online-Poker gewonnen.